Irgendwann Belgien und dann kann es natürlich auch nach Deutschland gehen. Und da haben wir einiges gehört dazu und jetzt wollen wir auch noch was sehen. Und ich sehe die Jungs und Mädels, die sind schon ganz heiß. Wir hoffen ja, dass das Wetter hält und die Sonne vielleicht doch nochmal durchkommt. Aber für alle, die ein bisschen verfroren sind, kann garantieren, jetzt geht es hier richtig ab. Viel Spaß! Genau, wir werden sehen, dass wir die Wolken da oben mal vertreiben. Wir machen mal ein bisschen Bambule hier. Die Junkro aus Neupuko mal bitte nach vorne, nach oben, kommt mal auf die Bühne. Junkro Neupuko, das ist ein Projekt des Jugendinformationszentrum Mecklenburg-Vorpommern. Wie auch die Junkro Wismar, die wir nachher noch sehen. So, dann machen wir mal Titel Nummer 2 Musik ab. 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.